Dass sie eine altehrwürdige Universität ist, sieht man nur von hinten. Nach vorn präsentiert sie sich modern, schmucklos und sachlich, die Technische Universität Berlin. Vier Unis hat die Stadt zu bieten, die TU ist die zweitälteste. Schon 1884 wird hier gelehrt und gelernt. Heute ist sie eine internationale Spitzenadresse auf dem Weg zur Elite-Universität. An den sieben Fakultäten streben über 27.000 Studenten nach akademischen Titeln. 20 Prozent kommen aus dem Ausland. Neben Bachelor- und Masterabschlüssen bietet die TU als einzige in Berlin auch Ingenieurabschlüsse an. Mathematik, Physik und Chemie gehören zu den Schwerpunkten. Interdisziplinäre Forschungsteams sollen helfen, die technischen Probleme der Zukunft optimal zu lösen. Stolz ist man auf die 80 Millionen Euro, die die Wirtschaft in die zukunftsträchtigen Forschungsprojekte investiert, darunter Unternehmen wie Siemens oder die Deutsche Telekom. Wir haben die Ideen für die Zukunft, heißt der Leitspruch, den man sich auf die Fahne geschrieben hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017